Musik 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 Jo, die Halbzeit. Das ist der Anstoß zur Halbzeit. Die Halbzeit ist erreicht. Die Halbzeit ist seit Vielleicht zieht man es. Mitternacht war Halbzeit. Jetzt ist es fünf nach halb eins. Das heißt, die Zeit arbeitet jetzt nicht mehr für, sondern gegen uns. Ja, ich trau viel ganz schön. Ja, dann gehen wir jetzt an Augen. Beim Anstoßen stößt man an. Noch ein letztes Wort. Noch ein letztes Wort. Jaaaaaa Musik Musik Das ist wie die Welt mit offenen Augen und die Erde als Geschenk. Doch je besser ich sie kennenlern, umso mehr wird sie mir trennt. Wer kann noch mithalten? Und wer wird zum Lügner in Zeiten von Ultra, Mega und Überl? Auch mir hat man erzählt, hat das Problem bei seinem Schopf. Doch Probleme sind doch fixer und am platzen auf dem Kopf. Ich will was schaffen unter Bock. Doch bin auch bloß ein Tagetief. Irgendwo zwischen Größen waren und Minimalprinzip. Bin ich Rasmus unterwegs. Was ich suche sind als Ziele. Hab gewissens Bisse, wenn ich meine ruhige Kugel schiebe. War ein unbesorgtes Kind mit den Jungs beim Fußballspielen. Muss man aufnehmen. Wir sind ein bisschen schwul, aber nur ein bisschen. Aua. Jungs.